Okay, so, der Marcel, der hat kein Klopapier. Wollen wir ihn doch mal bringen. Ich hab noch Klopapier. Geil. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe gerade geschlafen. Und was machen wir jetzt? Den Squat fahren. Marcel wohnt hier auf dem Lande. Und schauen wir nach da hin. Kein Fake-Shit. Wir urinieren in die Natur. Das ist der andere Quad. Das ist der Big Motherfucker Quad. Der Big Motherfucker. Von meinem Bruder. Weiß dein Bruder, dass wir den gerade benutzen? Ja, ich habe ihn gefragt. Und was hat er gesagt? Ja, ich habe ihn gefragt. Okay. Mag dein Bruder mich eigentlich? Das ist halt nochmal ein ganz anderes Biest. Der hat, glaube ich, 50 PS mehr als der andere. Aha. Wie viele PS hat der? Ich glaube 100. Der hat auch hier, also du kannst den mit, also unter Wasser mit dem fahren. Hallo. Ja? Ja? Boah, Digga. Ich habe hier voll den Momen und einen Vogel. Ja, ja. Nicht zimperlich sein. Genau. Da wird noch ein Haar. Oh mein Gott! 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 Alter, ich bin fast aufs Schnausgefallen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wette mit dir, dass ich nicht ein einziges Mal schreien werde. CEO tot. Oh mein Gott! 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 sie schreit auf wie ein kleines mit ich bin komplett an zu tun ich schwöre bei gott ich dachte ich sterbe ich bin jose moriño ok komm mal ganz kurz nah ran sieht man mich einmal abmoderation jetzt wollte ich gerade hallo herzlich willkommen beim youtube-kanal sagen liebe leute das war's ich bin komplett down das ist nichts für mich jetzt den kanal abonnieren liken und kommentare da lassen